Echt geil, oder? Ja, aber das sind nur 700 Watt der Motor und wir haben also quasi eine komplette Antriebseinheit von so einem China-Roller da drin, damit wir uns gar nicht kümmern müssen, aber mittlerweile haben wir die Firma Robbe im Boot, die uns die als Modelle baut, den können sie ab Juni können sie als Modell bekommen, in der Hoffnung, dass andere noch bessere Ideen da reinbringen und wir zurückkriegen. Du fährst zum Stand zurück, genau. Nee, wir kommen zurück. Und dann, warte mal, warte. Und dann, warte mal, warte. Für dich. Untertitelung des ZDF, 2020